Willkommen zurück zu Let's Play Crysis 3. Ja, wir haben eine neue Waffe bekommen und zwar einen Bogen. Der ist ziemlich geil, aber das kombiniert mit dieser Tarnung, die ich sehr lange aufrechterhalten kann. Es ist momentan etwas einfach. Sobald ich getroffen werde, mache ich schnell die Tarnung an und ich bin eigentlich schon so gut wie unbesiegbar. Mal schauen, wie das im Verlauf des Spiels noch weiter sein wird. Vorfeld, Feuer, Schutz! Feuer, attackiert seine Füße! Also grafisch ist es schon mal sehr schön. Na, wo ist er? Hm, da muss er auch sein. Ach, da unten ist der. Hat er sich aber gut versteckt. So, wir müssen da oben hin. Wo bleibt die Verstärkung? Gibt keine Verstärkung. Tja. Romeo 1 hier, Romeo 2. Burnout abgeschlossen. Over. Ei, ei, ei. Schauen wir uns noch mal genauer an. Wir müssen uns beeilen. Los! D und Visor zu schließen heißt ein N-Nano-Vision zu aktivieren. Ah, okay. Cooler Sound auf jeden Fall. Ah, und jetzt kann ich das von hier hacken. Alles klar. Ah, und jetzt kann ich das von hier hacken. Alles klar. Was zum Teufel erwartet uns hier? Das ist Charles Heimatfront. Sie haben hier etwa einen, vielleicht zwei Tausend... Und die Seth? Vergiss sie, Mann. Die Aliens sind erledigt. Okay, also mit B kann ich den immer wieder aufbogen. Okay. Ich glaube hier wechseln wir mal die Waffe. Falls da jetzt einer kommt, knallen wir den einfach ab. Aha, noch eine Aufzeichnung. Ich denke mal, das wird so ein Sammelding sein. Scherz sein. Komm schon, Psycho. Gehen wir! Hey, geh einfach auf! Zeig mir dein Gesicht. Du hast mich aus dem Anzug geschnitten. Zeig mir jetzt dein Gesicht! Psycho, gehen wir! Ich finde dich. Scheiße, ich finde dich! Man ist wach, wenn sie einen rausschneiden. Viele der Jungs sind schreiend gestorben. Herzinfarkt wegen des Schocks. Ach, Scheiße! Komm schon. Gehen wir! Neue Datenbank. N.A.X. Analyse. N.A.X. ist Management-KI des Liberty-Dom. Das System ist schwer befestigt und mit mehreren Ausfallsicherungen versehen. Direktes Hacking bzw. Überbrückung nicht möglich. Wahrscheinlichkeit 98%. Komplexität der Abschirmung ist verantwortlich für gelegentliche Überreaktion des Systems. Wahrscheinlichkeit 79%. Repetier-Matrix angesichts mehrerer negativer Interaktionen mit Cell-Mitarbeitern ebenfalls auf dem Prüfstand. Outdo-Your-Filter-Protokolle empfohlen. Hmhm. Da mach mal auf. Dann rocken wir mal das Haus hier. Ich geb dir Deko. Wir helfen uns auf der anderen Seite. Okidoki. Wir geben also von oben Feuerschutz. Bogen auswählen. Fünf Schuss hab ich da noch drin. Soll jetzt wohl wieder so ne lautlos Aktion werden. Was ist hier los? Keine Ahnung. Scheiße, Scheiße. Wir sind hier. Ruf Verstärkung. Aktion. Ruf 4. Ziel ist auf der Brücke. Sektor 5. Delta 6. Ruf Verstärkung. Opa. Das macht die Sache nicht einfacher. Tarnung ist auf rechts. Die Entität Prophet. Sie verschwischen gegen das Abregelungsprotokoll. Gehen Sie auf der Stelle hoch oder Sie werden verlichtet. Position. Das sind Sie. Die Entität Prophet. Das sind Sie. Die Entität Prophet. Die Entität Prophet. Die Entität Prophet. Fürste Laurie-Zeder Prophet. Tarnung ist auf der Stelle. da oben. Tja, das war dann wohl ein Let's Fail. Mach das Kumpel! Das fängt ja schon gut an. Scheiße Scheiße, sie sind hier! Auf Bestärkung! Action 2-4! Ziel ist auf der Brücke Sektor 5 Delta 6! Brauchen Verstärkung, ober! Was? Das macht die Sache nicht einfacher. Oh oh, das Fass explodiert gleich! Gaaaaal! Rape! Okay, ich geb dir Deckung. Wir treffen uns auf der anderen Seite! Alle anderen! Alle sechsten! Sofort die Geterminierung! Über die Brücke! Sichert eure Sektoren! Scheiße Scheiße, sie sind hier! Ruft Verstärkung! Action 2-4! Ziel ist auf der Brücke Sektor 5 Delta 6! Brauchen Verstärkung, ober! Woher seht ihr? Ah, ich bin doch hier noch auf der Deck gewesen. Das macht die Sache nicht einfacher! Das macht die Sache nicht einfacher! Aber wieder! Wo ist eigentlich meine Deckung? Siehst du doch, der gibt mir Deckung! Okay, ich geb dir Deckung! Wir treffen uns auf der anderen Seite! Ich freue mich nicht einfach mit dir! Aber nein! So, jetzt gehen wir mal schön langsam vorwärts. Gerade meint ich noch, man ist so gut wie unbesiegbar. Dem ist ja nicht so. Scheiße Scheiße, sie sind hier! Ruft Verstärkung! Action 2-4! Ziel ist auf der Brücke Sektor 5 Delta 6! Brauchen Verstärkung, ober! Da kommt der Ruckschaub drauf. Das macht die Sache nicht einfacher! Nee, auf keinen Fall. Aber, jetzt gehen wir mal hier ein bisschen langsamer vorwärts. Die Verstärkung! Die Verstärkung! Die Verstärkung! Oder sie werden vernichtet! So, keine Muni mehr da drin. Die Waffe tauschen wir. Und damit ballern wir jetzt weiter rum. Alle Verstärkung! Ich hoffe, damit lässt sich was reißen. Die Entität Profit! Das sind Sie, Arschloch! Wir haben Sie angesehen! Ergeben Sie sich, oder ich könnte Sie! Ja, 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 ja! Scheiß Hubschrauber! So, Energie wieder voll! Ah, 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 ah! Geh ich raus! Nein! Das gibt's nicht! Und man konnte da nicht raus, das abbrechen! Da war doch grad keiner! Heidewitzka! Nochmal! Wir treffen uns auf der anderen Seite! Alle 6 Uhr! Alle 6 Uhr! Alle 6 Uhr! Geh! 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 Scheiße, scheiße! Sie sind hier! Ruft Verstärkung! Action! 2, 4! Ziel ist auf der Brücke! Sektor 5! Delta 6! Rauchen Verstärkung! Oberst! Das macht die Sache nicht einfacher! Verdammt! An die Entität Prophet! Sie verschwischen gegen das Abgrundungsprotokoll! Gehen Sie auf der Stelle rum, oder Sie werden Verdichtete! Die Entität Prophet! Das sind Sie, Arscher! Wir haben Sie analysiert! Ergeben Sie sich, oder ich könnte Sie! Die Entität Prophet! Das sind Sie, Arscher! Wir haben Sie analysiert! Schnell, bevor er inkommen! Was ist das? Mistkerl. Äh, das war ja wohl ein Hedi. Oh, ja, den tausche ich. So. Keine weiteren Gegner hier. Oh, ja, ist klar. Scheiß Hubschraubschrauben. Gott, das war ja eine schwere Geburt. Ich würde mal sagen, hier ein Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Chojin. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.